Guten Morgen und herzlich willkommen, Herr Schirtewan. Vielen Dank. Herr Schirtewan, ich habe drei ganz kurze Fragen mitgebracht, von denen wir glauben, dass das klassische Wähler-Klientel der Linken, dass die diese Fragen gerade jeden Tag beschäftigen dürfen. Grobe Schätzungen reichen. Was kostet im Moment in Deutschland ein Kilo Graubrot, also so ein Roggenmischbrot, ein großes? Ich würde sagen 2,50. Sind es in Euro drunter, das kostet jetzt schon 3,50. Im Schnitt Tendenz ist steigend. Der Liter Benzin, Pi mal Daumen, da sind Sie ziemlich genau in diesem Schwankungsbereich. Darum dreht er sich gerade. Und wie hoch ist der Hartz-IV-Regelsatz für eine Person? 449 Euro. Den haben Sie genau drauf. Und das ist wahrscheinlich genau das, was für viele Menschen gerade jeden Tag ansteht. Wenn Sie gucken, wie zahle ich das und wie komme ich mit dem, was ich habe, hin. Und der Vorwurf an die Linken ist, dass sie sich von diesen ganz praktischen Sorgen viel zu weit entfernt habe in den letzten Jahren. Dass sie eher Themen wie Gendern, Geschlechtergerechtigkeit, moderner, urbanere Sachen in den Mittelpunkt gestellt hat. Wollen Sie das ändern? Sie legen ja deinen Finger tatsächlich in die Wunde. Die Nahrungsmittelpreisexplosion ist enorm. Die Energiekosten steigen, die Mietkosten steigen. Und das macht vielen unserer Wählerinnen und Wähler aber insgesamt natürlich der Bevölkerung massiv zu schaffen. Ich möchte deshalb auch sagen, dass die Bundesregierung an dieser Stelle agieren muss. Wir sind diejenigen, die sagen, jetzt muss es einen Energiepreisdeckel geben, damit die Leute am Ende des Monats noch entweder den Strom oder den Fernseher anstellen können. Wir sind diejenigen, die sagen, die Bundesregierung muss jetzt aktiv werden, damit die Nahrungsmittelspekulation beendet wird. Weil das ist auch ein wesentlicher Treiber der Preise. Und deshalb ist Brot zu teuer. Butter ist übrigens im letzten Jahr um 40 Prozent in Deutschland gestiegen. Der Butterpreis an Obst und Gemüse sind um 20 Prozent angestiegen. Und um das zu finanzieren, fordern wir die Einführung einer Krisengewinnsteuer. Und zwar jetzt auf die exorbitanten Übergewinne, die große Energiekonzerne, aber perspektivisch auch Rüstungsunternehmen erzielen werden. Ich merke, Sie sind schon warm gelaufen für das, was Sie sich vorgenommen haben. Aber woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass die Linke als eine solche Stimme nicht mehr wahrgenommen wurde? Denn trotz solcher Botschaften, die Wahlergebnisse, die letzten waren verheerend. Wir sind eine Partei, die mehrere Zehntausend Mitglieder hat und die tatsächlich eigentlich eine gute Arbeit macht auf kommunaler Ebene. Wir sind an vier Landesregierungen beteiligt. Wir haben eine starke Fraktion im Bundestag, die eine gute Politik macht. Und wir sind auch in Europa stark aufgestellt. Aber es ist uns tatsächlich in der Vergangenheit nicht gelungen, diese Ebenen miteinander kommunikativ zu verbinden. Das heißt, wir haben nicht einheitlich kommuniziert. Wir haben unsere Erfolge nicht kommuniziert genug und in den Vordergrund gestellt. Und da müssen wir wieder ran, dass wir tatsächlich mit einem starken Team nach außen, das die Partei nach außen repräsentiert, mit einer Stimme sprechen und die Interessen vor allem der einkommensschwachen und sozial Benachteiligten vertritt. Das Wort Team und das Wort Linke ist in letzter Zeit selten zusammengebracht worden, gerade weil Prominente bei Ihnen in der öffentlichen Wahrnehmung mehr übereinander herfallen. Beispiel war jetzt auch die Russland-Politik. Da gehen die Pole extrem auseinander, zwischen Gregor Gysi und Sarah Wagenknecht beispielsweise. Wie wollen Sie das als Parteichef wieder zusammenbinden, diese Stimmen, die so gegeneinander rufen? Ich trete an mit der Idee tatsächlich einer modern-sozialistischen Gerechtigkeitspartei. Das heißt, wir müssen als Partei sowohl programmatisch nacharbeiten, um auch in die aktuellen politischen Diskussionen wieder eingreifen zu können und da klar erkennbar zu sein und andererseits auch Strukturen anpassen in der Partei, um eben einheitlich agieren zu können. Und wenn uns das gelingt, und das gelingt nur mit einem starken Team an der Spitze, und ich habe auch verschiedene Kolleginnen und Kollegen gefragt, ob sie bereit sind für ein solches Team, dann werden wir es auch schaffen, wieder einheitlich wahrnehmbar zu sein und auch solche Konflikte zu überwinden. Ein Mann, der sich viel vorgenommen hat. Martin Schirdewan will Parteichef der Linken werden. Danke für den Besuch heute Morgen bei uns. Vielen Dank. Und weiter geht's mit euch in Köln.